Das ist keine lange Wanderung. Aber das hat sich schon gelohnt, hier hinzukommen. Das ist ein herrlicher Spaziergang, ja. Das werden wir natürlich heute nicht machen. Gehe ich mal von aus, dass wir das nicht machen. Denn wenn man hier ist, kann man das ja auch mit einer Städtetour verbinden. Dann in die City nach Beckham rein. Denn so hässlich ist die Innenstadt von Beckham jetzt auch nicht. So, und da kommen die Leute, das muss ich mal eben die Kamera ausmachen. Bis später. Weiter geht's. Immer der Nase nach. Was war schön. Jetzt hatten wir gerade noch ein Gespräch mit zwei älteren Herrschaften. Die machen hier eine Radtour. Die finden jetzt hier auch total krass geil. Kann man hier auch nur krass geil finden. Oder Dark Angel? Oh ja. Ist wirklich herrlich. Ja. Und vor allen Dingen, sie hat noch nicht einmal geflucht. Das mag aber auch daran liegen, weil hier keine Höhenmeter zum Wachen sind. Ich hasse das Wort Höhenmeter. Ja, sie hasst das Wort Höhenmeter. Soll ich die Zuschauer mal darüber informieren, warum du das Wort Höhenmeter hast? Das kann ich auch selber. Das kannst du auch selber, dann tu es. Mein Mann guckt immer ein Fahrradfahrer und jedes zweite Wort Höhenmeter. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, meine Güte. Wenn das doch dem sein Lieblingswort ist. Ja. Oh, hier ist es verwunschen. Hier ist es verwunschen, ja. Wenn wir gleich noch an ein Hexenhäuschen kommen, dann wisst ihr Bescheid. Dann wird da erst noch ordentlich geknuspert. Ja. Ich kann es nicht mehr hören. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Ja, das ist mir schon klar. Das ist eine Naturschutzfläche. Ein Landschaftsschutzgebiet. Die Tiere möchten ja auch ihre Ruhe haben. Und Dark Angel hat jetzt zum ersten Mal, ach du Scheiße, gesagt. Also kann sie doch nicht ohne Fluchen. Weil da hinten, da, guck mal da rüber, da geht es für uns gleich weiter. Da geht es ein bisschen berg an. Das hat sie schon genötigt, wieder ausfällig zu werden. Ja, aber ach du Scheiße, gesagt. Das ist auch ein Fluch. Das sagt man nicht. Oh, guck mal hier. Ja, guck mal da. Was haben wir da? Dafür, dass das stehende Gewässer ist, sieht das noch einigermaßen aus. Da sind ja auch Fische drin. Die lassen wir aber in Ruhe. Weil sonst kriegen die Fische nachher Angst. Und das muss ja nicht sein, dass wir die Fische in ihrem Zuhause spüren. Und sowas tun wir nicht. Richtig? Nein. Nein. So, im Tal geht es jetzt hoch für uns, oder? Oder sollen wir hier lang gehen? Wir können auch, glaube ich, hier lang gehen. Es kann sein, dass wir jetzt auch grundsätzlich im Wohngebiet rauskommen. Das ist ja auch wieder nur so ein Schild, ne? Dann geht es jetzt da weiter. Ja? Mach mal das Mäh-Ei. Ah, steht schon auf. Vielleicht kommt er und knallt uns ein. Da steht schon der Nächste auf. Wahrscheinlich habe ich jetzt einen bei denen... Oder... Ich habe wahrscheinlich jetzt von jemandem da die Mutter beleidigt. Mäh! Ja, ich kann Fremdsprachen. Kannst du auch Fremdsprachen? Nein. Nein, sie kann das nicht. Ja, die kommen nicht. Die sind zu faul. Und womit? Mit rechts. Ja, das ist eine schöne Zeit. So, weiter geht's. Ich möchte ein Lämpchen mitnehmen. Ja, du möchtest ein Lämpchen mitnehmen. Wenn du ein Lämpchen mitnimmst, dann weiß ich, was wir am Wochenende machen. Den Grill anschmeißen. Nee. Doch. Ich bin kein Veganer, ich darf das. Ich mag kein Lämpchen. Ich mag Lämpchen. Ja, wenn ich zum Essen. Mit Barbecue-Soße und Knödel und Rotkohl. Das erste steilere Stück hier auf dem Weg. Aber Dark Angel pflegt sich tapfer. Ja, tanzt für mich. Na ja. Dann tanzst du wahrscheinlich wieder nackt auf dem Tisch. So wie sie das immer macht. Ja, klar glaubt das einer. Aber das ist die pure Wahrheit. Bin ich ja mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Ja. Ja gut, von mir aus. Dann machen wir jetzt hier eine kleine Pause. Du hast ja eben schon nach Pause geschrien. Und wer hätte das gedacht? Insgesamt sind wir jetzt anderthalb Stunden unterwegs. Nicht schlecht. Das kam mir gar nicht so lange vor. Und das sieht auf dem Mäbz auch gar nicht so groß aus. Aber es ist auch weitläufig. Hast du dir verdient? Ja. Bis später. So, wieder ein Auto. Das war eine schöne Rundtour. Ist jetzt nochmal richtig warm geworden. In der Sonne. Aber war schön. Würde ich wieder machen wollen. Was sagst du dazu? Ich auch. Ja. Da haben wir hier so einen schönen Ort. Und ich weiß das über Jahre lang gar nicht. Das habe ich nämlich erst vor kurzem was fahren. Dass wir hier so einen schönen Wanderpunkt haben. Okay. So, jetzt waren wir gut. Ja, ein, dreiviertel Stunde waren wir jetzt unterwegs. Das finde ich total in Ordnung. Ja. Und deswegen sage ich jetzt mal, bis zum nächsten Video. Und wir verabschieden uns brav, oder? Ciao. Genau. Darkseidder over and out.